Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich unsere Religion? Zwei, Nayada und Uranül. Ich werde trotzdem noch mal ein Meer hiervon bauen. Einfach nur zur Sicherheit. Wir haben ja jetzt so langsam, unser Religionsgebäude ist fertig. Es fehlt noch die Form. So, Bodenbelag. Keine, ja, ja. Bettler wollen Almosen. Was wollen die denn? Oh, wir sind schon beim Reparieren. Ein bisschen Silber. Ja, dann gib mal. Na, ich hoffe, wir profitieren beide davon. Es war auch nicht gerade wenig Silber. So, wir können die hier schon mal anmachen und dann gucken wir mal, wie unser Stromverbrauch aussieht. Dann würde ich sagen, wir haben ja hier einmal, wir brauchen Kaffee, Tee, Bierwürze. Das heißt, wir machen einmal Hopfen. Hopfen. Oh, wir können hier sogar Ambrosia. Okay, wir teilen die beiden erstmal. Hopfen. Wo ist der Ambrosia gewesen jetzt? Ambrosia. Kaffee. Machen wir hier Tee. Wo sind die Teepflanzen? Wo ist Tee? Da. Tee. Hier machen wir Tomaten. Weil wir müssen gerade mal gucken, ne? Hierfür brauchen wir nichts weiteres. Für den Käse bräuchten wir Milch. Für Milch brauchen wir Bohnen. Bohne. Für Smoothies Milch und Früchte. Das heißt, wir müssen noch irgendwie Früchte bekommen. Für Pizza brauchen wir Käse, Fleisch. Also hier sind die Tomaten mit drin. Das heißt, wir müssen noch irgendwie Weizen anbauen. Das heißt, hier kommt Weizen hin. Eiscreme können wir nicht. Dafür brauchen wir Schokolade. Alles, wo wir Schokolade brauchen, können wir nicht machen. So, was ist mit dem Ambrosia? Ich muss noch... Dafür könnte ich eventuell die Oliven irgendwo anpflanzen, richtig? Weil alles, was fehlt, sind jetzt Früchte. Jetzt hatte ich ja vorher hier durch die... ...dass mir wieder Bauteile fehlen. Da muss ich warten, bis der Contract durch ist. Oder kann ich mehrere Contracts auf einmal machen? Seine Stimmung ist echt im Eimer. Wo ist der denn? Geh doch mal was essen. Hä, was ist denn mit Pascal los? Was ist... Ach, der Stahl Contract ist ausgelaufen. Ich habe noch zwei, fast 3000. Dass der Stahlkontrakt einfach ausläuft. Das hatte ich auch noch nicht. So, Bauteile. Also, ich könnte ja verstehen, wenn die Bauteile auslaufen. Aber Stahl? Da bieten die Leute wohl mehr. Ja. 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 Toid Dy α und in einem Unterhalt zu sein. Ja. Gehen. Wiruchen also, sich votre Mysterrocken erite. Ihre Rede kann nach dem Raum trotzdem auch immer nicht zu. Noch eine Hippe. Bist participate! grams, useата друга. Wir brauchen Wasser. Bauteile, gerät ihr segen! Hier sind Oliven nicht drin Aber Agaven Agaven sind aber hier nicht drin Und hier sind die Oliven nicht drin es fehlt schon wieder stahl wir haben aber stahl fehlt eine leiche muss ich mal grad gucken es fehlt ein pflanzentypi aber was ist mit der leiche passiert hier make plant wieso kann ich make plant nicht dingsen komisch warum ich make plant nicht dingsen kann machen wir einfach einen neuen ein crawler open surgery okay ist das jetzt ein healer oder ein bergbauch wir haben einen plasma cutter ein flame bot seit wann kann ich die denn bauen mach mal einen crawler weil im moment haben wir ja alles angepflanzt da reicht vielleicht auch einer 0815 michi die muskelparasiten wir haben aber auch nichts für ihn ne ne okay okay wobei wir haben jetzt ne wending ähm ne dings das heißt moment na ja automatisch anziehen tust du das nicht da muss ich selber drauf achten weil jetzt kann er nämlich auch mehr machen so das heißt da ist der achte und dann hätten wir noch drei slots übrig beziehungsweise wenn der ist noch zwei ich weiß nicht ob ich militär mit reinnehmen soll aber als verteidigung warum nicht wir machen na ja da mal zum hybrid ach so uranyl ist nicht da egal so das heißt wir haben schon mal jetzt ein anführer obwohl wir ich dachte das geht nur wenn wir drei von derselben religion haben wieso liegen hier 50 bauteile wo sind die denn her gekommen war das vom kontrakt ne der wurde noch wieso liegen da einfach liegen da einfach 50 bauteile verboten einfach so niemanden gehörte dieses bett wer hat diese 50 bauteile dahin gebracht ist das von dem wir hatten ja so ein fisch war nicht hier drin also es war hier drin aber es war doch nicht da drin so die werden jetzt auch weizen und die drei werden jetzt auch bohnen dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch die früchte ich muss noch mal gerade reingucken was alles als früchte zählt davon kann ich hier nichts anbauen oder wir machen die smoothies erstmal weg brauchen wir denn sonst noch für irgendwas milch hier für nicht hier für auch nicht zuckerrohr wo waren denn nochmal die burger hier die kräse burger die brauchen brot käse okay dafür brauchen wir dann den käse dann machen wir die kräse burger noch rein wobei machen wir die mal hier hin nochmal faser dingens so das heißt dann brauchen wir den käse dafür früchte haben wir nicht zuckerrohr wenn wir zuckerrohr könnten wir dann könnten wir karamell machen zuckerrohr w zuckerrohr w das ist zuckerrohr Ja, den Fruchtsaft, der wird irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Alter Schwede, da müssen wir noch mal Weltkarte generieren. Tja, wer bringt noch mal jetzt weg, wenn ich nicht da bin? Wer macht das? Uranyl geht nicht, komm Don Cravalho, mach du das. Können auch nicht mehr so viel tragen gerade, können wir eventuell direkt zwei Touren machen. Jetzt sind hier auch Bauteile. Wo kommt die denn jetzt her, Don Cravalho, die im Bett versteckt? Warte, was wird denn hier zerlegt? Verunreinigte Kleidung wird jetzt erstmal nicht zerlegt. Denn die kann ja hier gewaschen werden. Und hier wird verunreinigte Kleidung gelagert. Guck mal, jetzt wird es ja direkt schon gemendet. Was wird hier gelagert? Hier haben wir wichtig, das heißt, dann machen wir hier bevorzugt und hier machen wir dann den Rest der Kleidung. Außer verunreinigt. 29 Tage drei Kilo Nisten wegschicken. Naja, das können wir nicht machen. Das bringt uns auch nichts. So, der ist fertig. Was kann der denn jetzt? Das sind Schlitzer. Okay, das scheint nur eine Kampfeinheit zu sein. Ja, da wird Gruppe 2 zugewiesen. Okay. Okay. So, wir müssen Gruppe 2 noch hier 15, 15, gut. So, wir brauchen die Formen, damit wir das hier mal langsam wegkriegen. Schlitzer braucht Reparatur. Den haben wir doch eben erst gebaut. Was muss denn hier repariert werden? Was wird denn hier repariert? Hm. Keine Ahnung. Boah, der hat echt beides bekommen. Aber hier, das Viech kann anscheinend immer weiter repariert werden. Das Ding verliert so schnell Energie. Wofür ist der Dead Star? Da. Das ist nochmal Bock-like-Robot. Also die sind wohl in Masse stark. Da. 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 TA dan. ern. Fast vergessen, ey. Hey, hier hat sich eine Kolum- Ah, nee, es ist ein Jackel. Also bis dann. Ciao.